Ich bin Sascha von der POP News.de, hier immer noch auf GSM-Asia in Hong Kong. Wir sind auf dem ZTE Stand und schauen uns gerade das C-Plan an. Ein C-Plan System, 800x84 ist die Auflösung mit Android 2.1, basiert auf der Rockchip-Plattform. Es wird hier gesagt, das wäre ein Dual-Core. Wäre mir absolut neu das Rockchip jetzt schon ein Dual-Core hat, sollte aber auf jeden Fall mit der Mali GPU kommen. Also, 800x84 ist die Auflösung, resistiver Touchscreen, das seht ihr schon hier. Also, es ist von der Bedienung her, müsst ihr euch daran gewöhnen, wenn ihr vom kapasitiven Plattform kommt. Wird nur mit WiFi angeboten, also ohne 3G. Ich denke mal, dass es eine extrem günstige Plattform sein wird. Er hat eine 1,3 Megatrix-Kamera hier eingebaut und kann über eine Speicherkarte mit bis zu 32 GB Speicher aufgerüstet werden. Wir schauen mal ganz kurz um das Gerät drum herum. Einen Power-Button haben wir hier. Ein- und Ausschalter, sorry. Anschluss für euer Netzteil, Micro-USBs und hier ist nochmal ein USB-Anschluss dahinter. Und dann haben wir hier unten noch einen 4M1 Card Reader, wo ihr dann entsprechend halt den Speicher mit einer SD-Karte aufrüsten könnt. Auf der linken Seite haben wir gar nichts. Auf der Rückseite haben wir gar nichts. Das erinnert mich vom Design her so ein bisschen ans Arcos 9. Wir haben hier den ganzen Schwung Android-Buttons, den ihr schon kennt. Home, vor, zurück und ins Menü zu gehen. Und ja, sehr interessantes Gerät. Jetzt ist es gerade leider wieder ausgegangen. Das ist das Z-Pad von ZTE, 7-Inch Android 2.1 Tablet, basierend auf der Rockchip-Plattform. Ich bin Sascha für Netflix.de. Vielen Dank für's Zuschauen.